Guten Morgen zusammen, wir sind wieder auf dem Weg nach Bad Neuenahr und haben gerade mit dem Markus Zindl gesprochen, der die großen Bagger hat. Es ist also einiges in Bewegung und ich möchte hier einen kleinen Aufruf machen mit Großmaschinen, das läuft alles im Hintergrund. Ich spreche jetzt ganz speziell die ganzen Mietfirmen an und zwar brauchen die Leute, die die Keller leer räumen und ihren Wohnbereich oder die Gärten räumen, motorbetriebene Schubkarren, also Maschinen, die jetzt wirklich jeder bedienen kann und die auch ungefährlich sind in der Bedienung. Es wäre hervorragend, wenn ihr sowas den Menschen einfach zur Verfügung stellt. Ihr könnt ja einen GPS-Tracker einbauen, wenn das nicht sowieso so ist, die Dinger da hinstellen, vielleicht kurz reinschreiben, was für ein Kraftstoff da reinkommt und dann werden die mit Sicherheit die ganze Zeit benutzt werden. Also wie gesagt, Aufruf an die ganzen Vermieter in Deutschland. Man kennt die Namen, ich will jetzt keinen hier nennen und auch keinen vergessen. Deshalb stellt uns die Schubkarren zur Verfügung und damit könnt ihr den Leuten auf jeden Fall helfen. Und dann kommt die Schubkarren zur Verfügung.